So. Hab ich das? Ne hab ich noch nicht. Ich schaue hier jetzt alles durcheinander, das ist mir jetzt egal. Oh nein, was will ich denn überhaupt hier? Also, mal ganz ehrlich. Ah, ja. Äh, okay. Spruce Road haben wir so viel, das nehme ich mir jetzt mit. Los, geh schneller, du geile Sau. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen hab. Tja. Ja. Meine Wache da eigentlich mal. Ja. Kenne ich. Du, 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 du. Diese Geräusche von den Bären, ey. War das gut, die Nach-Abo? Ne. Scheiße. Ey, scheiße mein Life. So, jetzt kann ich die Kacke endlich machen. Au, das ist doch grad übersparert bei dir. Bei mir? Ähm, das nicht. So, jetzt gehen unsere Fackeln und den Flöten. Sehr schön, Mike. Ja, hi. Ich sollte unten vielleicht mal ein Schlicks dran sitzen. Dann fahren wir hier wieder mal ungerollte Mopfer an. Blech. Nein. 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 Komm. Ja. Söckinger. Oh, es gibt Söckinger. Söcki. Oh mein Gott. Oh, das ist Söckinger. Söcki. Ach, den hatte ich eben auch. Der ist ganz normal. Der heißt Fred. Interessant. Das ist Fred. So, ein Block noch. Dann sollte es eigentlich reichen. Ja, fein. So, jetzt kann ich mir den Cliva endlich machen. Juhu. Herzlichen Glückwunsch, Herr Tyrox. Oh Gott. Das hört sich so geil an. Oh ja, komm her. Und tschüss. Ähm, auf welchem Level hattest du denn deinen? Meiner ist noch Level Climsy. Der bleibt aber auch so. Ich brauche es auf 3. Oder wie kann man den noch abräten? Ähm, indem du diverse Sachen wie Labels draufschmeißt oder... ...den Mose, äh, dieses glitzernden Mose, da repariert er sich automatisch, wenn du XP kriegst. Äh, wer heißt? Du kannst einen DIA draufschmeißen, dann kriegt er 500 Durability und bei einem... Habe ich. Ähm, Emorad kriegt der Globo bloß, keine Ahnung, 100 oder so dazu. Also ich habe, ähm, Blaze Powder drauf, ich habe Mending Maus drauf, ich habe Diamanten drauf. Und mehr geht zum Anfang nicht, dann musst du es erst leveln. Also Mobs töten, bis das Ding gelevelt ist. Hm. Hm. So. Aber du, aber ich weiß, wo der Dings bist und... Ne, warte mal. Doch. Oder hast du den auch schon gefunden? Den zweiten Dings gefunden? Ne, ich habe es. Ich will von jedem Mose eine Trophäe haben, weil ich komme jetzt ins nächste Dungeon rein. Hm. Hm. Geht auch Redstone oder Glowstone? Äh, Redstone geht, da kriegst du Haste drauf, das ist also sinnlos. Und... Ach so, aber bei, bei, bei der Spitzhacke geht das. Und Glowstone geht nicht. Glowstone geht nicht. Nein, geht. Äh... Ach stimmt, ich habe ja noch einen Larps-Block. Kann ich noch draufpacken. Was macht Larps? Ist auch noch die, äh... Gib dir Lack, nein, gib dir Lack. Na. Okay, dann heißt es auch wieder auf die Spitzhacke, ne? Genau. Ja, es hat 9 gekostet. Mach es voll. Ich habe ein Twilight-Spiel gefunden. Wenn nicht, würde ich es... Gerne mal, äh... So einen Twilight-Boom habe ich auch schon mitgenommen, sonst ist es seitdem. Ich brauche 540 Eisen für meine Vorrahmen. Ja gut, viel Spaß beim Sammeln würde ich da mal sagen. Äh, kannst du gerne bei mir was leihen? Oder du kannst gerne Dinger bei mir so durchsieben? Oder du kannst... Na, ich habe ein 3x3 Sieb jetzt... Eisen... Äh, Diamant meine ich. Und außerdem habe ich noch ganz, ganz viel Eisen-Orb-Pieces. Wer hat das nicht? Obwohl, das ist gar nicht mehr so viel. Sind ja meistens eigentlich nur Tin und so. Okay, Fehlanzeiger, sorry. Toll, erst machst du ihn über das Eis und dann so. Aber du kannst gerne bei mir sieben, damit du das schnell rausbauenst. Ja, könnte ich auch bei mir sieben. Das ist ja das Ding. Ja, dumm. Dann gehe ich lieber im Trilide, bevor wir es mit euch noch fahren, weil wir es hier gerade leben. Ach, sehr hart. Schatz, haben wir vorne noch Glowstone. Hm, ich weiß nicht. Toilett Antwort. Ja, ich gehe kurz in der Mobfarm gucken und dann... Äh, ja, wir haben einen Stack und zwei Glowstone. Oh, das ist gut. Äh, wenn nicht... Was ist denn der Spawner? Ah, das ist her, was ist denn da? Ich habe bestimmt einen Spawner vermisst hier schon. So, wie mache ich? Dich denn, ja, los, sag's mir. Okay. Ah, da. So, äh. Loser. Mit Symbol. Mit Symbol. Eigentlich brauche ich nur 480. Wie funktioniert dieser Resonator? Ja. Also, das... Das war halt irgendwie... Okay. GG, Alter, dieses Pump's Housecraft finde ich mir viel zu kompliziert. Ja, ich kenne mich damit sehr gut aus. Äh, Sascha? Ja? Ihr habt ja auch einen Resonator. Ich ja. Äh, der braucht Strom, oder? Ja. Ja. Wieso sagt er mir dann, dass der Grid überladen ist? Selbst wenn ich nur 1... Weißt du, weil du zu wenig Strom mit diesem... Du musst mal ringsrum noch 8 Stück inbauen. Äh, wo... Darf ich euer mittlerweile nutzen? Ja. Dann eher gesagt... Ähm, ist da irgendein Upgrade drauf? Geht das überhaupt... ...plan ein Upgrade drauf zu machen? Also, dieses Schleimding... Oh, das fliegt erst... ...und du greifst das wieder an, wenn die anderen angreifen? Äh... Das mag ich. Ja, das ist... ...das zeigt schon echt viel Liebe. Bei dir sagt er auch, Grid ist overloaded. Warte, ich lasse mich das an. Wenig ging's aber. Vielleicht... ...Sonne oder so? Oh Gott, das ist Nacht. Ich hab den Spawn-Up gefunden. Warte doch nicht... ...eine App. Du, 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 du... Damit ist der Spawn-Up weg. Du, 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 du... ...und du, 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 du... Könnt ihr in, in der Auro-Bild ... ...dottet etwas schlafen gehen? Ähm... ...gleich, ich bin nämlich gerade immer... ... Ich bin im Arm... ...ich muss ja nicht schlafen. Aaaahh! Hat man das gehört? Не? Ne, dann nicht. Das wollte man gehört haben. Ja bei mir hat grad voll der Ellenbogen geknackst. Äh, hier die Schulter mein ich. Nö, haben wir nicht gehört. Oooooohhhhh! Ich komme zum Schlafen, Schatzii! Hilar relax Heiratet doch! Ach, sache. Dankeschön. Schatz? Na ja. Mit zwei Bett ist das Leben. So ne Fuckware. Hast du's gesehen? Und? Ähm, bist du noch verheiratet? Du bist noch verheiratet. Wie mach ich das weg? Ich muss die verheiratet wegwerfen. Kann man sich irgendwie scheiden lassen? Nee, das geht so nicht einfach. Oh Gott, ich hab die Dings-Map offen hier. Die Weltallmap. Ich hab auch einen Bogen. Bam! Oh, schon wieder sowas. Black Moe Sissy is already married. Genau. Bei dir steht da Black Moe Sissy is already married. Das sieht so dämlich aus. Genau. Ach, jetzt weißt du warum ich's die ganze Zeit dran hab. Ich bin wichtig. Nein, willst du nicht. Doch. Nein, jetzt sind wir nicht bei Pokémon. Doch. Nein. Doch. Nein. Vor allem, also du hast jetzt zwei Schulterlinge. Einen an der Backe und du bist selber einer. Mhm. Ich find beide Vögel aber auch. So, wie mach ich mit Cheeseburger? Mit Fleisch. Und Käse. Ja, wow. So, Hamburger. Mach ich mit. Mach ich mit. Wir heiraten nachher. Okay. Irgendwie. Toast. Toast mach ich mit Brot und Butter. Butter mach ich mit. Ach. Milch. Ja. Ja, da braucht jemand Kühe. Schnell mal meine Kühe alle Schlachten. Hä? Ey, dann haben wir aber keine Kühe mehr. Kofi ist wieder Spawneier. Ich hab genug Emeralds. Da waren zwei Personen bei mir und wollten Diamanten haben und haben dafür mit Emeralds bezahlt. Also ich darf bestimmt dein Eisen verwenden für Emeralds. Du kannst dir so viel Eisen nehmen, wie du willst. Wir brauchen das eigentlich für das erste Gornina. Wie viel habt ihr jetzt gesaunt? Äh, wenn du das andere zusammen craftest und brennst sehr viel. Aber ich nehme anstatt Emeralds gerne Glowstone. Dann. Dann. Du brauchst mehr wie den ganzen Stack. Ich geb's dir, ähm, ich geb's dir. Wir haben keinen Closed-Tour mehr. Ich geb's dir. Hast du das ganze Closed-Tour aufgebraucht? Den ganzen Stack? Jaaaa. Wofür? Wofür? Wofür meine Farm? Damit das Wasser nicht gefriert. Weil selbst wenn ich ein Dach drüber hab, gefriert ist. Achso. Ach, warte mal. Wenn ich ein Dach drüber hab, gefriert ist da? Äh, ne Mop-Farm gefriert sich. Wo hast du das heißen? Oh, jetzt mein Kack. Schmelzen. Ähm, ja gut, dann... Aber ich bin doch... Ich bin doch... Nee, das geht doch gar... Nee. Das kann doch gar nicht sein. Doch. Nee. Eben nicht. Äh, ich hatte eben noch Fäden. Jetzt hab ich keine Fäden mehr. Ja, ey. Du musst nur was heißen. Du musst schmerzen. Ah, wir kennen normalen Blöcke und Dings mehr. Äh, das kam mir eben vorbei. Ja, ich zeig's ihn. Hier haben wir noch 55, äh, Iron Ingots. Ich weiß, dass das Spiel wieder safe nicht reicht. Eins, zwei, drei, vier. Hier haben wir noch ein bisschen Iron. Das kann's doch mal irgendwo. So. Ähm, wie sieht's hier unten in der Kiste aus? Hier haben wir nichts mehr. Hier auch nicht. Oh, lol, hab ich echt kein Eisen mehr? Ich hab einen Stack Emeralds. Ähm, nur das, was ich, äh, was da an der Kiste war. Äh, hier sind noch Iron Aure, sieben Stück. Ich bin grad bei mir. Ich fang schon mal an zu schmelzen. Okay. Das verwundert mich jetzt auch. Wir haben mehr Redstone und alles andere als Eisen. Wir haben ein Chaos in den Kisten. Das ist unglaublich. Ja, Eisen nutzen wir hier auch immer wieder. Ähm, wie... Also, ich geh mal gucken, ob ich mir über den anderen Kloster klauen kann. Ich hab keins. Naja, dann komm ich zu dir und deine ganze Insel besteht aus Kloster. Das wär's. Das wär's. Hase! 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 Hm? Ich hab mal Hasen getötet. Warte mal. Hm? Du hast mich gerötet. Ich is mir neu. Hier sind 15 Kloster. Kann ich mir die snacken? Ja. Danke. Hase mir das Eisen gegeben. Ja, hier ist ohne Eisen. Ach ne, das sind ja die. Wollte schon sagen. Nein, da. Inhalte. Mach ich mit Inhalte. Haben wir noch einen Eimer irgendwo? Oh, sich hat bei meiner Kisten... Ich hab zwei Eimer im Inventar. Ne, nicht dein Ernst. Zurück auf!